Ende der 80er Jahre sind bereits etliche Züge verschrottet. Nur noch der Traditionszug bleibt betriebsfähig erhalten. Fern seiner einstigen Betätigungsbereiche wird hier Neuenmarkt-Würsberg in Frankenland erreicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Für junge Lokführer ist der SVT etwas Besonderes. Auch mit der Geschichte ist man vertraut. Das ist im Waggonbau Görlitz gebaut worden, in der Zeit, also 1963 die erste Zucht. Und dann nachher bis 1968 die Serie. Gab es also insgesamt acht komplette Züge. Und das ist also jetzt Traditionszucht der Bahn, der deutschen Bahn, der einzige, der noch erhalten ist. Natürlich gehört in Neuenmarkt-Würsberg eine Fahrt über die schiefe Ebene zum Programm. Mit seinen zweimal 1000 PS Leistung hat der SVT keine Probleme, die schiefe Ebene zu erklimmen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Besonders beliebt sind die Fahrten auf den Spuren des Windobona. Im Elbtal wird an alte Zeiten erinnert. Maschkontrolli! Musik Musik Die SVT-Liebhaber sind von der Fahrt begeistert. Manch einer hat sogar sein Modell dabei. Ich war schon immer eigentlich ein Fan davon, hatte mich darauf versteift, als die Industrie gemeint hat, sie würden ihn wohl bringen. Und dann wurde das Projekt auf Eis gelegt. Da habe ich gesagt, jetzt baue ich ihn halt selber. Haben wir uns mal dran versucht und das ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis. Musik 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 Musik